Mit einem einzigen gewöhnlichen Lichttaster das Licht schalten, dimmen und die Farbtemperatur verändern? In diesem Video zeigen wir, wie das funktioniert und welche Komponenten wir benötigen. Wir verwenden ein typisches CCT-LED-Band mit warm- und kaltweißen LEDs. Zur Stromversorgung verwenden wir ein hochwertiges 24-Volt-Netzteil von Meanwell. Weiter möchten wir einen einfachen Lichttaster verwenden, um alle Funktionen des LED-Bandes zu steuern. Also schalten, dimmen und das Verändern der Farbtemperatur. Derartige Lichttaster werden von allen bekannten Schalter Marken angeboten. Wir nutzen hier ein Modell der Marke COP. Wichtig ist, dass es ein ganz normaler Taster ist und nicht etwa ein Tastschalter. Ein Taster kann zwischen kurzem und langem Druck unterscheiden. Ein Tastschalter hingegen kennt nur ein oder aus. Um den Taster nutzen zu können, benötigen wir einen speziellen LED-Controller. Der LK 124 Pro von LED-Studien ist ein DALI-LED-Controller, der aber auch umfangreiche Funktionen für normale Lichttaster mitbringt. Das sogenannte Push-Dim. Der Controller wird zwischen Netzteil und LED-Band installiert. Zuerst verbinden wir das Netzteil mit dem Eingang des Controllers. Achten Sie darauf, dass alle Schraubklemmen richtig fest sitzen. Anschließend wird am Ausgang des Controllers das CCT-LED-Band angeschlossen. Über einen zweiten Ausgang lassen sich bei Bedarf weitere CCT-LED-Bänder anschließen. Achten Sie dabei immer auf die maximale Ausgangsleistung des Controllers und planen Sie mit mindestens 20% Reserve. Beim Einschalten des Netzteils leuchten die LEDs bereits. Als letztes wird nun der Lichttaster mit dem LK 124 Pro verbunden. Wir nutzen hierfür die kombinierten DALI-Push-Dim-Eingänge des Controllers. Für Push-Dim werden nur die Schraubklemmen 2 und 3 benötigt. Achtung! Die folgenden Schritte beinhalten Arbeiten am 230-Volt-Netz und sollten daher nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Verbinden Sie die Schraubklemme 3 direkt mit dem blauen Neutralleiter der 230-Volt-Versorgung. Schraubklemme 2 wird nun über unseren Lichttaster geführt und mit dem braunen Außenleiter verbunden. Ist alles verkabelt, schließen wir die 230-Volt-Spannung an. Drücken Sie zum Test den Taster. Das Display des Controllers wechselt auf die Anzeige PD, was signalisiert, dass Push-Dim erkannt wurde. Nun können wir die Push-Dim-Funktionen testen. Kurzer Druck. Der Controller schaltet die LEDs ein und aus. Gedrückt halten. Der Controller dimmt die LEDs auf und ab, immer im Wechsel. Mit einem Doppeldruck wechseln wir in den CCT-Modus. Nun wird beim Gedrückt halten nicht gedimmt, sondern die Farbtemperatur verändert. Das Licht wird wärmer oder kühler. Immer im Wechsel. Erneuter Doppeldruck wechselt zurück in den Dim-Modus. Über den Aufbau mit dem LK 124 Pro können wir also mit einem einzigen Lichttaster eine komplette LED-Beleuchtung schalten, dimmen und in der Farbtemperatur verändern. Über den Aufbau mit dem LK 124 Pro können wir auch mit dem LK 124 Pro können wir auch mit dem LK 124 Pro können.